Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und State. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, was ich heute alles eingefunden habe. Ja, hallo und schönen guten Abend. Willkommen auf diese Frequenz und willkommen beim Preview. Ich versuche hier gerade mal ein bisschen meine Quellen auszustellen, dass ich mich nicht 30 Mal selbst höre. Das müsste jetzt auch klappen. Sekunde, ich stelle mich noch mal hier noch mal aus, damit ich mein Genudel auch nicht noch mal 30 Mal höre. Ah, jetzt ist endlich ruhig. Wunderbar. Ja, willkommen bei der 204. wunderbaren, unerlässlichen und immer wieder erfrischenden Ausgabe des Previews zum Stammtisch am Freitag. Das ist Retro-Kompott. Und Nummer 204. Klingt total langweilig. 204, 204. Wenn wir die 0 weglassen, ist es die 24. Und das ist morgen. Morgen wäre, ist Heiligabend. Und das ist natürlich ein Event, das wird sich keiner von unseren 30 näheren Streamerfreunden, Mitspielern entgehen lassen. Und deswegen, hallo Arne, du bist der Einzige, der noch da ist. Hallo, ja. Hier in Amerika ist ja eher der erste, was bei uns der erste Weihnachtsfeiertag ist ja der richtige Festtag, also der 25. Von daher habe ich noch ein bisschen Schornfrist. Genau, das ist in Amerika ein bisschen anders. Das musste ich auch irgendwo mal lernen, wenn man mit Freunden spricht. Und als wir dann Verwandte bekamen, beziehungsweise meine Cousine einen amerikanischen Freund hatte und der dann sagte, was macht ihr denn jetzt hier so nach so einem Aufriss? Ja, 24. Ja, das ist Heiligabend. Das ist ja nicht Weihnachten. Ja, doch, für uns ist das schon irgendwie Weihnachten. Machen wir ein bisschen lauter. Machen wir lauter. Wunderbar. Ja, natürlich ist das für uns wichtig und ich glaube auch ganz viele Dinge, die man sich jetzt wünscht, die gehen dann spätestens morgen in Erfüllung, wenn es zumindest irgendwie in Form von Spielen oder Geräten oder sowas war. Ja, ich weiß nicht, Arne, hast du dir was zu Weihnachten gewünscht oder lässt du das fremdsteuern? Ich habe mir nichts gewünscht und wir haben uns jetzt auch entschieden, dass wir uns gar nichts schenken, ich und meine Frau, weil das immer so ein Stress ist, weil man schon die Geschenke für die ganzen Nichten und Neffen und so kaufen muss. Aber uns wurde ja allen ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk gemacht, allen Retro-Nerds. Und zwar kam ja die Torrican 2 AGA-Version raus für den Amiga. Das ist für dich schon ein Weihnachtsgeschenk. Das ist ein Hammer-Weihnachtsgeschenk. Ich spiele das gerade und das ist echt cool. Also das kann man sich umsonst bei itch.io runterladen. Torrican 2 AGA funktioniert auf Amiga 1200 und hat halt, ja, ist halt eine neue Version von Torrican 2, die die Grafik von der DOS-Version hat, also mit mehr Farben, aber auch die kompletten Level der alten Amiga-Version. Und herrlich, also wirklich toll. Und sie haben etwas hinzugefügt, die Entwickler oder der Entwickler, dass man das Player-Sprite austauschen kann. Man kann sich also am Anfang entscheiden, ob man das komisch aussehende Torrican-Sprite von der DOS-Version haben will oder das originale Sprite vom Amiga. Ich spiele es jetzt gerade mit dem DOS-Sprite, sieht aber echt etwas komisch aus. Und es wurden auch neue Secrets hinzugefügt. Also man kann auch jetzt neue Geheimnisse finden. Da erscheinen dann manchmal in verschiedenen Levels, in den ganzen Levels dann so kleine Roboter, die einem so vor allem wegfliegen und die geleiten einem dann so einen Weg zu neuen Geheimnissen. Das sind dann immer so pro Level so ungefähr so drei oder so neue Secrets, die man finden kann. Kann man aber auch ausstellen im Hauptmenü. Eine Sache ist mir auch schon aufgefallen, habe ich auch schon Bug-Report gemacht. Und zwar dieses, dass man, wenn man in einem Wasserfall springt, dass man dann weniger hoch springt, das fehlt. Das ist nicht so in dieser Version, sondern man springt unter einem Wasserfall genauso hoch wie normal. Und das war so eines dieser kleinen Details, die mir an Torrican zweimal so gefallen haben, dass man sich so dachte, oh, jetzt bin ich im Wasser. Der Wasserfall drückt mich so ein bisschen runter und tatsächlich, ich kann dann weniger hoch springen. Aber der Entwickler hat auch schon gesagt, er wird das in die nächste Version einbauen. Ist das ein Entwickler oder ist das wieder ein Team? Arne, ist das ein Entwickler oder ist das ein Team? Es ist ein Entwickler. Und zwar, der heißt im Englisch Amiga-Bot, glaube ich, Muzzle oder so. Und ich schaue mal eben, was bei Itch.io steht. Ich mache mir eben den Link, Torrican 2 AGA bei Itch.io. Hier steht der Entwickler gar nicht. Wie heißt er denn? Hm. Also bei Itch.io nennt er sich Sonic Sloth. Und ich kann jetzt leider im Spiel nicht gucken, weil im Spiel, im Titelbild wird das alles Ter irgendwie, heißt der. Aber ich will jetzt mein Spiel nicht abbrechen, weil ich gerade in der zweiten Welt bin und schon seit einer halben Stunde spiele, was sein richtiger, echter Name ist. Aber Sonic Sloth finde ich gut. Das ist eine schöne Idee. Ja, und es wurde halt auch mit Einverständnis von Chris Hülsbeck und so, es wurde halt auch natürlich die originale Chris-Hülsbeck-Musik spielt auch im Hintergrund. Also es ist jetzt nicht diese komische Pieps-Musik der DOS-Version. Also es ist schon einfach praktisch. Es ist das gute alte Torrican 2 vom Amiga, aber jetzt mit dem Grafik-Teilset der MS-DOS-Version und auch den mehr Farben. Es hat halt auch mehr Farben und diesen Extras. Und es gibt auch im Hauptmenü jetzt neue Einstellungen. Zum Beispiel kann man Schwierigkeitsgrad easy und hart wählen oder so. Also es gibt wohl auch noch einen harten Schwierigkeitsgrad. Und ich glaube, Manfred hat im Discord schon geschrieben, er hat es schon durchgespielt und war auch begeistert. Manfred hat es, glaube ich, gleich am ersten Tag, als es rauskam, durchgespielt. Es kam ja erst vor zwei Tagen raus oder so. Ja, also das ist schon mal ein schönes Weihnachtsgeschenk. Hat Manfred noch einen Arga-Amiga oder hat er auch einen Mister? Nee, eigentlich hat er keinen, ne? Ich glaube, er spielt auf dem Emulator, denke ich mal. Ah, okay. Aber genau weiß ich es jetzt auch nicht. Also du bist auf jeden Fall glücklich damit. Das ist schön. Ja, ich habe heute damit jetzt schon seit einiger Zeit heute Morgen richtig Spaß gehabt, ja. Vor allem, es ist halt auch komisch, wenn man das alles mit der neuen Grafik sieht, dann erkennt man zum Teil gar nicht, wo man ist. Also obwohl ich die Level eigentlich relativ gut kenne, bin ich hier in Räumen und denke, wo bin ich denn? Weil alles so anders aussieht, dann merkt man gar nicht mehr, wo man eigentlich ist. Mhm. Ja. Also du bist so, du kennst dich so gut aus bei dem zweiten Teil, dass du weißt, wenn du ein kleines Stück von dem Level siehst, wo du bist? Beim originalen Spiel finde ich mich besser zurecht. Also das ist jetzt wirklich, ich habe zum Teil das Gefühl, ich würde neue Level spielen, obwohl die Struktur die gleiche ist, aber einfach, weil die Grafik anders ist, ja. Aber so hundertprozentig kenne ich auch nicht alles auswendig. Aber wir haben es ja auch im Videostammtisch schon mal gespielt und da habe ich es dann, glaube ich, im Stammtisch nicht durchgespielt, aber danach. Also ich habe es auch schon einmal zumindest durchgespielt, vielleicht sogar schon zweimal. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber das ist nichts gegen Manfred, weil Manfred spielt das ja eben mal so, ne? Jede Woche einmal durch ungefähr. Ja. Genau, der ist, äh, ich bin durch. Das ist Manfred. Hallo, Carsten hier. Hallo, Carsten. Hallo, Carsten. Also das andere, was ich noch finde, ist natürlich dieses Toykin 2 AGA. Das ist das, was ich von Faktor 5 erwartet hätte, ne? Also sowas einem zu bieten, dass es wirklich irgendwie sich neu anfühlt. Es ist zwar das Gleichheitsspiel, aber es hat halt komplett neue Grafik und das, in diesen Anthologies und diesen ganzen Sammlungen von Faktor 5 ist da ja nichts dergleichen drin. Also im Grunde hat dieser einzelne Entwickler es geschafft, meine, meine Begeisterung für Toykin wieder aufleben zu lassen, so wie es halt Faktor 5 mit ihren Sammlungen leider nicht geschafft hat, ehrlich gesagt. Ja, ich habe auch mal kurz reingeguckt. Das finde ich echt gut gemacht. Hier steht aber auch was, was ich gerade sehe auf der Webpage. Da steht, ach nee, okay, sie empfehlen für die Floppy-Version einfach den Amiga 1200 mit 2 MB Fast RAM. Das ist ja einfach eine Speicherweiterung dann, genau. Und übrigens, die Floppy-Version, die hat auch drei Floppys, wenn man das sich runterlädt. Aber es unterstützt auch mehrere Laufwerke und so, lädt auch sehr schnell, aber es ist natürlich mehr Daten jetzt wegen der höheren Farbanzahl und alles. Und ist auch eine Version für den Mini dabei, ne? Genau, eine Version von Amiga 500 Mini. Und auf dem Mister läuft es auch. Ich spiele es auf dem Mister. Man muss allerdings beim Mister diese Caches deaktivieren. Das kann man ja am Anfang machen, wenn man beide Maustasten gedrückt hält. Dieses Disable CPU Caches. Oder wenn man es mit WHD-Load spielt auf dem Mister, dann muss man halt die No-Cache-Icon-Version starten. Sonst gibt es in der dritten Welt angeblich Grafikfehler, habe ich schon gehört. Ja, da ist noch was Nettes rausgekommen jetzt zu Weihnachten. Und zwar ein neues Spiel von Schienen. Von diesem Entwicklerteam, die ja auch für die Switch, Fast RMX und The Tourist gemacht haben. Und diese anderen coolen Spiele. Ist ja auch, glaube ich, eine deutsche Entwicklerfirma. Oder österreichischisch oder deutsch. Ich weiß es nicht. Muss mal eben schauen. Die machen auf jeden Fall immer so coole Arcade-Spiele. Schienen, wo kommen sie her? Aus Deutschland? Ja, genau. München. Aus München kommen die. Ob das Deutschland ist, weiß ich nicht so genau. Ich zweifle da regelmäßig. Doch, Schienen Multimedia. Königswieser Straße München. Nein, ob München. Ach so, ob München auf Deutschland. Manchmal zweifle ich. Lieber Münchner, das war ein Witz. Die haben auf jeden Fall auch ein neues Spiel für die Switch rausgebracht. Das heißt The Punch Win. Also wie The Penguin, nur mit Punch. Da ist man so ein kleiner Pinguin, der immer so Blöcke weghauen muss mit seinem Boxhandschuh. Und das ist auch sehr schön. Habe ich mir auch gekauft für die Switch. Bin ich auch gerade am Spielen. Ist so eine Art Tetris-artiges Match-3-artiges Spiel. So ein bisschen wie Various Woods, wo man selber da so rumrennt zwischen den Blöcken und die immer so umhaut. Ist aber auch sehr nett gemacht. Also ja, es gibt jetzt natürlich, ist ja auch klar, zu Weihnachten kommen ja immer coole Sachen raus. Ja, definitiv. Hast du denn irgendwas, was rauskam oder worauf du dich freust, Robin, jetzt für Weihnachten zu spielen? Ich habe mir tatsächlich was zum Basteln gekauft. Ich hatte mir vor zwei Monaten einen neuen Computer gekauft und ich habe tatsächlich das seit langer Zeit mal wieder relativ blind gekauft, weil ich so ein kleines Zeitfenster hatte, wo es baste, wo wir eine kleine Versicherung ausgezahlt bekommen hatten, wo ich dachte, naja, jetzt kann man nochmal irgendwie 500 Euro oder 800 Euro hat es nachher gekostet. Und ich habe ein Gehäuse gekauft, was zu klein ist, weil das Mainboard ist e-ATX und die Grafikkarte in Verbindung mit dem Mainboard passt nicht in das Gehäuse, so wie es geplant war, weil das Gehäuse hat so zwei riesige 18 cm Lüfter, um viel frische Luft langsam in das Gehäuse zu drücken. Und ich musste einen Lüfter ausbauen und da bin ich einfach zu viel Jungfrau und das hat mich so geärgert, dass ich mir das Gehäuse, verbaue ich jetzt für einen Kunden und ich habe mir das Gehäuse in eine größer gekauft und das wird meine Bastelarbeit für Weihnachten. Also spieltechnisch, ja, ich hatte ja schon erzählt, dass ich mir dieses PC, wie heißt das, dieses PC-Spiel gekauft habe, wo man PCs bauen kann. Mir fällt es auch gleich ein, beziehungsweise ich gucke einmal ganz kurz, was es ist. PC-Building-Simulator oder so, ne? Genau, den hatte ich mir gekauft, aber da bin ich nicht so richtig, werde ich nicht so richtig warm mit, weil das, was interessant wäre, das haben sie relativ rudimentär umgesetzt. Aber ich wollte ganz kurz, dabei habe ich ja halt, ich hatte wieder Epic Games installiert, weil ja auch die Freispiele rauskamen und heute Morgen, beziehungsweise gestern Abend, habe ich gesehen, dass Fallout verschenkt wird. Fallout 1, 2 und Tactics und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, Fallout nochmal wieder durchzuspielen, aber das letzte Mal bin ich auch gescheitert, weil ich meinen Charakter falsch getunt habe und mal gucken, ob ich das diesmal hinbekomme. Ich hätte aber eigentlich eher Lust, Jack the Lion 2 wieder zu beginnen. Mal gucken, was ich von beiden nachher mache. Carsten, bei dir? Ja, ich habe, was ich so im Steam Sale, habe ich mir geholt, was ich so bei Sia immer so, ja, auf der Wunschliste hatte und ja, da war zum Beispiel, was Arne auch jetzt immer erzählt hatte, Mirror's Edge, jetzt der zweite Teil für 1,99 und da kann man ja nicht viel falsch machen. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist es wert. Hast du schon mal reingespielt auch? Nee, ich habe die mir vorhin mal geholt. Ich hatte auch mal von diesem Jump'n'Run Car 7 mal erzählt, das gibt es jetzt für 4,99 im Moment. Also wenn man wirklich ein gutes Jump'n'Run sucht, also dafür 4,99 kann man echt nicht viel falsch machen. Das habe ich zwar für die Switch schon, aber jetzt habe ich es mir auch nochmal für Steam geholt. Ja, ich habe auch noch ganz viel jetzt, weil ich schon ein paar Tage hier so Zeit habe zu zocken, habe ich relativ viel gezockt jetzt schon in der Vorweihnachtszeit. Ich habe jetzt ja Shanté praktisch die ganze Reihe durchgespielt, bis auf den ersten Gameboy-Teil. Also ich habe Shanté, Risky's Revenge, Shanté Half-Genie, Shanté Pirate's Curse, also Risky's Revenge, Pirate's Curse, Shanté Half-Genie Hero und vor zwei Tagen auch Shanté and the Seven Sirens. Jetzt alle durchgezockt auf, größtenteils auf der Switch, bis auf das Risky's Revenge, das war auf dem DS. Und ich bin von der Shanté-Reihe wirklich so begeistert gewesen. Es war wirklich so, ich habe eins der Spiele durchgespielt, gleich, okay, das nächste Shanté, ich will mehr Shanté spielen. Es ist wirklich so toll. Es hat Metroidvania, gerade das letzte, das Seven Simons, hat mir total gut gefallen. Voll das coole Metroidvania-artige Spiel, auch mit so einer riesen Karte und diese kleine Shanté da zu steuern und mit ihren Haaren immer die ganzen Monster wegzuhauen, macht halt auch richtig Laune. Also hat mich total begeistert. Und als das dann durch war, dann gab es kein Shanté mehr, weil Seven Simons ist das letzte, was rauskam. Dann habe ich mir Ori vorgenommen. Jetzt spiele ich also gerade Ori and the Blind Forest auf der Switch. Auch ein wunderschönes Metroidvania. Herrgott, ist das schön. Da bist du so ein kleiner Geist in so einem Wald. Ich hatte immer gedacht, auf dem PC kannte ich das. Das sah echt Hammer aus. Und da habe ich gedacht, als ich gehört habe, dass das mal vor zwei, drei Jahren für die Switch kam, das geht nie technisch. Aber das geht sehr gut technisch. Also sieht Hammer aus, auch auf der Switch finde ich. Es ist unglaublich, wie gut die das umgesetzt haben. Die Grafik sieht so schön aus und ist so flüssig. Alles flutscht nur so. Aber es ist natürlich auch, erstens ist es nicht leicht. Also einige der Sprungpass haben, ziemlich happig, aber macht trotzdem richtig Laune. Und natürlich Ori and the Blind Forest, da muss man echt warnen, weil ich habe im Intro gleich geheult. Also ich hatte so Shanté durch. Das Shanté ist ja eher so ein total witziges Spiel. Locker, flockig, alles ist so. Die ganzen Dialoge sind so eigentlich so witzig, spaßig und so. Nichts ist ernst. Und da machst du Ori rein. Und gleich am Anfang im Intro passiert schon sowas Trauriges. Da habe ich dann erst mal nur noch geheult. Und dann fängst du so mit Tränen in den Augen halt das Spiel an. Die Musik ist auch noch, ja. Auch total traurig. Aber gut, schön ist das. Ja, hänge ich mich mit rein. Stimmt. Ja, hallo Oliver. Hallo Oliver. Also totale Stimmungsumspruch bei mir. Nach praktisch tagelangem Shanté spielen das dann. Aber Ori bleibt auch relativ düster und melancholisch, aber irgendwie halt so schön. Und vor allem auch so kreativ, wie du da zum Teil springen kannst. Du kannst dich ja dann mit den Fähigkeiten dann später so von den Gegnern so weghauen, so wegdrücken und dann ganz komisch springen. Und zum Teil hat es dann so ein bisschen fast schon was von Donkey Kong Country, wo du dich dann immer so wegdrückst von verschiedenen Objekten. Und auch so ein bisschen was von einem Puzzle-Spiel fasst, wo du dann überlegen musst, wie schaffe ich diese Sprungrätsel? Also in der Hinsicht ist Ori auch ein bisschen anspruchsvoller als jetzt Shanté. Bei Shanté sind die Fähigkeiten zwar auch sehr originell zum Teil, zum Beispiel dieses Verwandeln in die verschiedenen Tiere, was man bei Shanté machen kann. Aber Shanté erfindet jetzt das Genre des Metroidvanias oder dieses Action-Adventures nicht neu. Bei Ori habe ich echt das Gefühl, die haben sich echt Gedanken gemacht und dachten, wir wollen das so ein bisschen neu erfinden alles. Auch wie das so mit den Save-Points gehandelt wird. Normalerweise in der Metroidvania hat man ja Räume, in denen man abspeichern kann. Und bei Ori hast du zusätzlich zu diesen Save-Räumen noch die Möglichkeit, jederzeit selber einen Spielstand anzulegen. Und das geht, indem man halt die A-Taste lange gedrückt hält. Und dann muss man aber dafür einen Magiepunkt sozusagen aufwenden. Und dann hat man so einen kleinen Save-Punkt aktiviert im Level. Und da fängt man dann immer wieder von an. Und so muss man sich dann im Spiel auch immer überlegen, setzt sich hier jetzt einen Speicherpunkt oder nicht? Weil es raubt einem halt eine Magie-Kugel. Aber gleichzeitig ist man dann natürlich auch erstmal wieder sicher. Und das braucht man auch, weil man stört. Ich bin bei Ori echt ohne Ende gestorben bis jetzt. Und ich bin jetzt zu einem Drittel, glaube ich, durch. Also da sind zum Teil auch so Stammfahrt und alles, was einen plattdrückt und so. Das ist zum Teil wirklich ein richtiger Geschicklichkeitstest. Aber ja, sehr schön gemacht. Und auch die Attacke bei Ori ist auch sehr originell. Weil zum Beispiel, das kann ich auch mit Shanté vergleichen. Weil bei Shanté haut man ja mit seinem Haar zu. Und das ist ganz ähnlich wie die Schwertschläge oder die Peitschenschläge bei Castlevania. Aber bei Ori, da hast du gar nicht so ein Schwert. Also bei, ich finde das gar nicht so wie bei Castlevania, dass das bei Shanté so ist. Das ist für mich voll wie Wonderboy in Monsterboy. Auch von der Struktur her. Wobei, ich hab das nur im Chat gelesen, dass du jetzt auch das Seven Sirens geholt hast. Und dass das wohl eine Metroidvania-artige Struktur wieder gekriegt hat. Weil ich das Half-Genie Hero, es ist ganz schön, aber es ist nicht so, es zündet für mich nicht so wie das, was ich da sonst so kenne von denen. Also bei Shanté ist es witzig, weil jedes Spiel erfindet sich auch immer so ein bisschen wieder neu. Also das Half-Genie Hero zum Beispiel, das hat ja eine auf den ersten Blick lineare Levelstruktur, wo du einfach von einem Level in den nächsten wechselst. Aber relativ schnell nach dem ersten Endboss merkst du dann, oh, jetzt brauche ich doch wieder Fähigkeiten, die ich erst wieder in den alten Levels finde. Und dann ist man ständig am Wechseln zwischen diesen Levels, zwischen Level 1, 2, 3 und 4 und so. Weil dann gibt es in Level 1 wieder eine Fähigkeit und dann wieder in Level 3. Und du musst halt, um das durchzuspielen, musst du immer wieder zurück in die alten Level wirklich gehen. Obwohl die Levels der Reihe nach so durchgespielt werden am Anfang, musst du dann immer wieder zurück. Es ist aber für meinen Geschmack irgendwie geradliniger geraten als bei Shanté and the Pirates Curse, trotz alledem. Weil die Levelstruktur ist einfach sehr straightforward. Das ist bei Shanté and the Pirates Curse zum Beispiel nicht. Bei dem hatte ich halt das Gefühl, das ist wie Wonder Boy in Monster World. Und deswegen das Seven Sirens, ich werde es mir irgendwie bei Zeit mal angucken, wenn ich mal Zeit habe. Weil das war etwas so, das hat mich an der Reihe eigentlich mehr gereizt. Und deswegen, also das Half-Genie Hero ist nicht, das steht bei mir nicht ganz so hoch im Kurs. Ja, mir haben sie jetzt alle super gefallen. Und ich finde es schön, dass sie alle anders sind. Weil dadurch ist es dann auch immer wieder ein bisschen was Neues, was man lernen kann in jedem Spiel. Zum Beispiel bei, nach Half-Genie Hero kommt ja Seven Sirens. Und bei Seven Sirens ist man auch dann in einer ganz anderen Welt, weil du bist im Urlaub. Und dann bist du halt auf so einer anderen Insel. Und da sind dann auch, zum Beispiel gibt es da nicht nur eine Stadt dann, sondern mehrere Städte und so. Und bei Seven Sirens merkt man relativ schnell, sobald man die Karte aufmacht, oh, das ist eine richtige Metroidvania-Karte, die sieht genauso aus wie bei Super Metroid eigentlich, diese Karte. Und alles ist verbunden. Und da haben sie dann echt mal ein richtiges, ein echtes Metroidvania gemacht. Und ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung bei der Shanté-Reihe. Man merkt das irgendwie, die entwickelt sich von, ne, im allerersten Teil halt und Risky's Revenge halt reine Pixel-Grafik. Pirate's Curse auch noch Pixel-Grafik. Dann wird so eine, so eine Pseudo-3D-Grafik, wo im Vordergrund Zeichentrick hoch aufgelöste Spielfiguren und Gegner sind. Aber im Hintergrund so eine Art Pseudo-3D-Geschichte wie bei sowas wie Pandemonium oder so. Und dann bei Seven Sirens ist es dann komplett Zeichentrick-Optik. Zweidimensionale Zeichentrick-Optik, aber wirklich nochmal um einiges schöner hoch aufgelöst. Und das sieht dann aus wie bei Cuphead, finde ich. Weil das sieht wirklich aus, als hätten das Zeichentrick-Leute, Grafiker, gezeichnet alles. Es hat auch diesen Look, dieses, bei Zeichentrick, bei Cuphead ist das auch, dass das manchmal so ein bisschen aussieht, als wäre das auf Folie gezeichnet oder so. Und genau dieser Look, den hat auch Shanté and the Seven Sirens. Zumindest bei den Spielfiguren, aber auch beim Hintergrund auch manchmal. Also da haben sie sich irgendwie hinentwickelt zu dieser komplett zweidimensionalen, aber hochauflösenden Grafik. Ich glaube, es ist dann auch ziemlich aufwendig, weil das muss dann ja echt gezeichnet werden wie Zeichentrick-Filme eigentlich. Hat mir also auch sehr gefallen. Aber ja, und dann auch zum kompletten Metroidvania praktisch. Sie hatten immer schon so Anlagen davon drin, aber dann jetzt ist es dann halt im letzten Teil dann halt komplett wirklich auch komplexer geworden dadurch im Level-Design. Weil es muss dann ja auch alles funktionieren mit diesem ganzen Gating, dass du dich da nicht durchmogeln kannst und zu früh irgendwo anders hinkommst. Und so, das merkt man dann auch, dass sie sich da echt Gedanken gemacht haben. Ja, also ich würde es empfehlen, dir das mal anzugucken, Oliver. Ich könnte mir vorstellen, dass dir vielleicht Seven Sirens dann auch wieder besser gefällt als Half-Genie Hero. Ich bin mir relativ sicher bei der Beschreibung. Ja, was sie dann auch gemacht haben, zum Beispiel bei Seven Sirens, wird dir manchmal wirklich angezeigt auf der Karte, wo es weitergeht. Nicht immer, aber manchmal, wenn du mit Leuten sprichst, sagen die ja, ich markiere dir auf deiner Karte, wo der Raum ist. Und das braucht man auch, weil sonst kann man sich da echt ziemlich verlaufen. Und das fehlte mir auch in den älteren Chanté-Teilen ein bisschen, weil da gibt es das fast gar nicht, dass einem angezeigt wird, wo es weitergeht. Sondern man muss das echt immer so fast alles selber erforschen und rausfinden, wo jetzt vielleicht die nächste Fähigkeit ist und so. Außer manchmal kriegt man in diesem Badehaus in der Hauptstadt da noch so Tipps von der Frau da im Swimmingpool da sozusagen. Das sind auch ganz rudimentäre Tipps. Also, das haben sie auch in Seven Sirens etwas besser gemacht. Dass zumindest die Möglichkeit besteht, dir bei sehr schwierigen Wegen, dass dir das dann wirklich angezeigt wird, da ist jetzt der Raum, wo du hin musst. Das könnte man, sonst müsste man sich praktisch eine Karte selber mitzeichnen. Das frage ich mich sowieso bei diesen Metroidvanias. Wieso die das nicht erlauben, dass man sich Notizen macht auf der Karte im Spiel? Weil oft ist es ja so, bei einer Metroidvania, du kommst irgendwo lang und denkst dir, oh, da oben geht's noch lang, wenn ich dann später eine andere Fähigkeit habe. Aber dann will man sich das ja eigentlich auf der Karte notieren und sagen, ah, komm hier nochmal zurück, wenn du den Doppelsprung hast oder so, ne? Aber das geht ja oft nicht. Und oft wird das ja auch gar nicht angezeigt auf der Karte, dass das jetzt eine Stelle ist, wo man mit Doppelsprung weiterkommt. Und dann passiert das, was bei Metroidvanias ja oft, mir zumindest, passiert, dass ich, dann kriege ich den Doppelsprung und dann latsche ich die ganze Karte nochmal ab. Überall, wo auf der Karte irgendwelche offenen Wege sind, gehe ich nochmal hin, weil ich nicht mehr weiß, wo war denn die eine Stelle mit Doppelsprung? Wo ich dachte, da muss ich nochmal hin. Das weiß ich dann halt nicht mehr. Und dann rennst du halt die ganze Karte ab. Und das Einzige, was das dann noch spaßig macht, ist das Grinden. Weil dadurch, dass du die ganze Karte abläufst, tötest du natürlich die ganze Zeit Monster. Und das Tolle ist, bei den meisten Metroidvanias ist es ja so, dass das Monster-Töten dir was bringt. Dass du dich entweder auflevelst oder du kriegst mehr Geld, um dir mehr zu kaufen oder irgendwas. Es hat dann irgendwie einen Sinn. Und dann kommt einem dieses stundenlange Rumlatschen auf der Karte nicht ganz so unsinnig vor, wenn man doch immer noch irgendwie was bekommt, was einen dann stärker macht. Dann denkt man, okay, es war jetzt keine verlorene Zeit, dass ich nochmal wieder ganz zum Anfang gelatscht bin, nur um rauszufinden, ach, das war doch nicht die Stelle mit dem Doppelsprung. Das ist ganz selten, dass es so was gibt. Ich meine, mir fällt jetzt im 2D-Bereich nicht ein einziges Spiel ein, was das macht mit irgendwie Notizen in der Karte. Im 3D-Bereich kann ich mich nur eigentlich an Deus Ex-Human Revolution auf der Wii U erinnern. Da konnte man tatsächlich auf der Karte Notizen schreiben. Ja, cool, ja. Ja, streng genommen, ich glaube, diese Art dieser Markierungsfunktion, wie meinetwegen bei Zelda Breath of the Wild, das ist zwar kein Text, was du machst, du kannst ja nur Icons hinsetzen an bestimmte Stellen, aber das ist auch so ein bisschen so die Richtung, würde ich sagen, weil du das da selbst markierst. Stimmt, da haben sie das gemacht, stimmt, dass du das so mit Farben so markieren kannst, irgendwelche Plätze auf der Karte. Ja, ja, genau. Das war bei Breath of the Wild echt innovativ. Ja, bei Rollenspielen kenne ich das sonst nur, zum Beispiel bei Stonekeep oder so, da konnte man ja die Karte aufrufen und dann selber mit der Tastatur sich einfach bestimmte Sachen, Notizen dann ranpacken an die Karte sozusagen. Das andere, was mir an Chanté gefällt, die sind alle nicht so lang. Also man ist da eigentlich ungefähr in 8 Stunden immer durch, egal welchen Teil man spielt. Manchmal schneller, aber eigentlich nie länger. Und das finde ich auch gut, weil dann sonst wäre es dann irgendwie auch zu lang. Also sind sie auch so schön von der Spiellänge halt genau richtig für mich, dass ich sie praktisch, wenn ich jetzt den ganzen Tag Zeit habe, dann kann ich morgens anfangen und bin dann irgendwie so nach 8 Stunden durch, dann ist es Nachmittag und dann ist auch gut. Ja, im Chat sehe ich gerade, Franz Fuhbert schreibt, dass auch System Shock und Ultima Underworld hatten das auch schon. Die hatte ich jetzt nicht gespielt, die habe ich damals verpasst. Das war meine PC-freie Zeit. Aber es ist an sich schon ein gutes Feature. Ich finde, so Texteingabe weiß ich nicht so, weil die Spiele müssen ja heutzutage übergreifend funktionieren, aber man kann das normalerweise schon irgendwie so machen, dass man das mit Symboliken oder sowas auch irgendwie ausstattet. Weil das finde ich eigentlich, das fand ich bei Breath of the Wild wirklich etwas, was mir ziemlich gut gefallen hatte. Ja, ich habe auch jetzt so das Gefühl, nachdem ich jetzt so viele dieser Spiele gespielt habe, das letzte Wort in Sachen Metroidvania ist irgendwie noch nicht gesprochen. Also das Design dieser Spiele an sich hat schon einen hohen Grad der Perfektion erreicht. Aber es gibt immer noch gewisse Probleme in diesem Genre, die noch vielleicht besser gemacht werden können. Die werden sie nicht lösen, aus dem einfachen Grund, weil der Trend weggegangen ist vom Genre zu hin, dass das Metroidvania-artige mehr zu einer Eigenschaft ist. Das wird eigentlich immer mehr mit anderen Genres verheiratet. Und das merkst du ja auch bei modernen Genre-Vertretern, die dann eigentlich ganz stark immer in Richtung Roguelite oder irgendwie versuchen, das mit so Soulsborne-artigen Spielerlebnissen zu verheiraten. Und noch mehr merkst du es halt so bei modernen 3D-Spielen. Wenn die kompakter gehalten sein sollen und nicht super linear, dann werden die auch quasi zu so einer Art 3D-Metroidvania dann immer noch ein bisschen aufgeplustert. Das ist so ähnlich wie mit Rollenspielelementen geworden. Ja, im Grunde ist es ja auch so, diese Metroidvanias, eigentlich wird einem auch eine Art Non-Linearität vorgegaukelt, die so ja eigentlich nicht existiert. Weil bei einem guten Metroidvania ist das Gating ja immer vorhanden. Dass der Spiele-Designer immer genau weiß, der Spieler kann jetzt nur hier und hier hin und dort noch nicht und so. Und dann wird das immer genau so alles aufgemacht, die Karte, dass man dann wieder hier hin kann, aber da noch nicht. Und die Nicht-Linearität besteht eigentlich fast immer nur in dem Backtracking, dass du dann halt beim Zurückgehen doch noch irgendwas findest, oh, da ist noch was. Das sind aber fast eher so Geheimräume eigentlich, die man dann so aufmacht immer, wo man dann noch meinen Herzcontainer oder irgendwas findet. Aber im Grunde ist das auch eigentlich noch relativ linear alles immer. Außer natürlich, du gehst zu den Speedrunnern, die dann so Glitches ausnutzen, um durch irgendwelche Wände durchzuglitschen. Was aber eigentlich vom Spiele-Designer, glaub ich, dann so in dem Moment gar nicht vorhergesehen ist. Also, was ich sagen will, es gibt das ja nur selten bei Metroidvanias, dass du wirklich eine freie Wahl hast, welchen Boss spiel ich jetzt zuerst. Sondern eigentlich ist das zum Beispiel bei Bossgegnern oder anderen größeren Gegnern ja immer so, dass du genau dann den Weg frei kriegst zu dem Boss, wenn der Spiele-Designer es von dir will. Und du kannst dich da eigentlich gar nicht so richtig entscheiden. Ich mach jetzt den fünften Boss als erstes oder so. Ich find das ehrlich gesagt nicht unbedingt so ein Nachteil. Weil es ist eigentlich, für mich ist Metroidvania, weil dieses Backtracking, das ist ja schon etwas so, was das zumindest so semi-linear macht. Das, was es eigentlich non-linear macht, ist ja immer das Explorative, wenn man nach irgendwelchen, ja, Geheimnissen sucht. Das ist eigentlich das, was meines Erachtens das Non-Lineare bei Metroidvanias ausmacht. Ansonsten ist es halt so, dass man schon eine gewisse lineare Progression hat, weil die geht ja mit dem Gating einher. Ja, das wird ja komplett ausarten. Es gibt zwar manchmal so Spiele, die so gemacht sind, dass die relativ freie Entscheidung führen, welche Türen geöffnet werden. Und das ist so dieses hier nach Anzahl der Schlüssel-Prinzip. Nur bei denen ist es ja auch so, das kann nur dann funktionieren, wenn die Waffen oder die Fähigkeiten, die du hast, zu dem Gameplay passen, was da auf dich wartet. Und die sind meistens nicht so spezifisch gemacht. Und dieses Spezifische, dieses was, das ist relativ oldschool eigentlich, aber genau das ist das, was ich daran mag. Ja. Eines, was mir jetzt einfällt, was so halbwegs offen war, das ist ja hier, dass da was Jedi Fallen Order gewesen. Das war so halboffen. Ja, stimmt. Da konnte man sich ja dann irgendwann frei entscheiden, welchen Planeten man als nächstes anfliegt und so. Ja. Ja, das war auch cool. Was mir bei Shanté noch aufgefallen ist, ist, wie verspielt die Entwickler mit verschiedenen Retro-Konzepten umgehen. Also das ist ganz oft bei Shanté, dass du mit einmal einen Boss hast und dann schmeißt der Boss zum Beispiel so Bomben vom Himmel. Und das ist dann genau wie Kaboom auf dem 2600er. Dann spielst du mit einmal so einer Art Variante von dem alten Kaboom. Oder bei Seven Sirens gibt's dann so Räume, das sind so Pac-Man-Räume. Da bist du so ein kleiner Frosch und du sammelst Münzen ein wie bei Pac-Man. Und das ist ganz oft, dass die da so ... Oder dann gibt's ein paar Räume, ich glaub, das war auch bei Half-Genie Hero, da gibt's mit einmal so eine Sequenz von Räumen, das ist original Megaman. Also da wird die ganze Zeit mit diesen alten Referenzen auch so gespielt, von anderen Spielen was übernommen und so. Oder zum Beispiel bei Seven Sirens gibt's auch Sequenzen, da hast du so eine Fähigkeit, dass du bist damit einmal so wie Mr. Driller oder Dick Duck so ein bisschen, dass du da immer so gräbst, aber auch in so einer Art wie bei Dick Duck. Und ganz viel von da merkt man halt, dass die Entwickler halt auch diese ganzen alten Spiele kennen und die auch dann da so Hommagen so einbauen. Find ich auch total witzig. Und sogar in den Dialogen wird manchmal so auf verschiedene Videospiel-Tropes oder so Stereotypen so hingewiesen. Gerade wenn du mit diesem Octopus-Endgegner da manchmal sprichst, der sagt dann in Seven Sirens auch so Sachen wie, oh, ich hab eine neue Spieleidee und so. Wie wäre es, wenn sowas und sowas gemacht wird? Und dann ist das halt dann so der nächste Boss oder so. Ich hab ja mal die Meinung, dass das eine Konami-Referenz ist. Dieser Octopus. Ja. Der taucht auch in der ganzen Reihe immer wieder auf, bis zum Schluss. Das ist echt witzig. Da sind schon extrem witzige Ideen drin. Du hast dann auch, ja, ich will's jetzt nicht alles spoilern, ich will's jetzt nicht spoilern, aber es sind wirklich ulkige Referenzen, die auch so die vierte Wand so ein bisschen durchbrechen dann drin. Der Octopus ist aber definitiv eine Konami-Referenz. Also, das ist eine Hommage. Der ist aus Parodius, ne? Ja, ja, dieser kleine, das ist einfach eine tolle Figur. Ich verstehe, den gibt's ja auch gar nicht als Kuscheltier oder sowas, ne? Eigentlich ist er doch super lieb. Doch, den gab es als Kuscheltier. Ah. Hab ich mal gesehen. Weil das ist, genauso wie dieses, das Piraten-Katzen-Schiff, das ist ja auch so lustig, dass man das, wenn man das das erste Mal sieht, das vergisst man nie. Ja, das ist ja eigentlich auch sehr ähnlich wie das Piraten-Schiff von Risky Boots bei Shanti Risky's Revenge. Das sieht ja auch fast so aus wie dieses Schiff aus Parodius. Ja, das ist schon alles, hat sehr viele Anspielungen. Übrigens, Shanti, das ist dann auch eine richtige Welt geworden. Also, diese ganzen Charaktere, dieser Bolo und die Sky und mit ihrem Vogel Wrench und dann natürlich Shanti und Risky Boots, das ist halt auch, ja, man, bei jedem noch die Charaktere wiederzusehen und wieder mit denen zu reden und so. Das ist halt so eine durchgehende Welt, die eigentlich total simpel ist, aber andererseits auch irgendwie cool, weil die ganzen Charaktere haben halt dann auch so bestimmte Eigenschaften, ne? Diese Rottitops, das ist ja dieser kleine Zombie, das ist so deine beste Freundin, die aber immer alles vermasselt und so und die baut dann immer irgendeinen Mist und es ist einfach witzig. Und auch diese Charakterporträts sind auch richtig schön gezeichnet, die dann immer kommen, wenn man mit denen redet und so. Ich will mal ganz kurz reinhauen. Wisst ihr, wo ihr diesen Oktopus bekommen könnt? Nee. Bei Dragonbox. Echt? Das hat Michael, muss ich mal gucken. Ich hab eben einfach nur nach Plush gesucht und dann kam der Parodius Plush Taco raus. Parodius Plush. Genau, das ist der, das sieht genauso aus wie der von Chanté, stimmt. Parodius Plush Taco. Als Werbung deklariert. Ja, ehrlich. Genau, zu geil. Und sogar nachhaltig und klimaneutral produziert und zertifiziert. Das ist cool. Und darunter Bomberman Plush, Okami Plush, Silent Hill, Robbie the Rabbit Plush. Okay, also es gibt einen Markt. In diesem Bereich darf man auch gar nicht abgleiten, dann bist du echt viel Geld los, wenn man da einmal, ich hatte ja früher mal ein Faible, obwohl ich das Spiel nicht spielen hatte, gespielt hatte für Pikachu, einfach für diese Figur. Ich fand die so süß und dann habe ich mir tatsächlich irgendwann mal für viel Geld ein Original, ich sag jetzt mal so einen halben Meter großen Pikachu gekauft. Der hat glaube ich 80 oder 90 Euro damals gekostet. Oder war das noch Mark? Kann auch nie, das war Mark. Mark gekostet. Und da habe ich dann irgendwann mal auf dem Flohmarkt einen kleinen Kind für, ich glaube, nee, habe ich sogar geschenkt. Ärgere ich mich heute noch. Den hätte ich natürlich super gut ins Museum stellen können. Der war wirklich farblich auch, da hatte ich dann ja schon irgendwie zehn Jahre und da hat sich kein Stück verändert. Wenn ich die heute angucke, die man da teilweise sieht, die guckst du ja einmal schräg an, dann werden sie schon orange oder weiß. Inso fragt im Chat, Arne, wie viel Temperatur hast du denn gerade so vor der Tür? Jetzt geht's, jetzt ist gerade 19 Grad Fahrenheit, also so minus, was ist das, minus drei oder sowas? Minus fünf. Aber gestern war es minus 14 Grad. Das war minus 14 Grad Celsius. Also das war heftig. Und dann auch noch mit so einem übelsten Wind, dass es sich gefühlt angefühlt hat, glaube ich, wie minus 25 oder so. Also da ist einem sofort die Nase abgefroren. Der Chill-Effekt. Ja, aber heute geht's schon wieder. Ich sehe auch gerade, es gibt auch Chanté-Merchandise hier. Man kann Rottitops und Chanté kaufen bei Fangamer oder so. Ach, das mache ich nicht. Also sowas kaufe ich mir nicht. Obwohl, witzig ist es schon. Wir gucken mal nach, wie das in 14 Tagen aussieht. Genau, was er sich alles gekauft hat. Das Witzige bei Chanté ist auch, wie das abgeht, dass man so, du kämpfst ja erst gegen Risky Boots, dann im nächsten Teil bist du mit ihr verbündet. Und das ist auch immer so eine Hassliebe zwischen den beiden. Und diese ganzen Charakterinteraktionen, die ändern sich halt auch immer so. Also, es ist einfach so eine leichte Story. Wie am Anfang von Chanté and the Pirate's Curse, wo Risky Boots am Anfang Chanté irgendwie in ihrer Badewanne festkettet. Ja, genau. Und sie ist so in der Badewanne und denkt sich so, warte mal, ich hab doch gar keine Badewanne. Und dann ist das halt so eine Fallen-Badewanne, wo sie festgekettet wird. Genau, es ist, ja. Das andere, was sie auch schön machen, ist, sie schaffen, dass diese Fähigkeiten, die man bekommt, und dass die fast alle immer Spaß machen. Also, dass es eigentlich nie irgendwas Langweiliges gibt, sondern das macht alles auch vom Gameplay her Laune. Und zum Teil sind die Fähigkeiten zwar etwas langweilig. Zum Beispiel der Elefant, okay, der kann halt schnell rennen, irgendwas, irgendwelche großen Blöcke weghauen und mit so einer Stampfattacke unter ihm auch Blöcke weghauen. Das ist eigentlich etwas langweilig. Aber gleichzeitig gibt's dann andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel bei Half-Genie-Hewo gibt's, glaub ich, die Maus. Die ist so kreativ und toll. Also, wenn du die Maus irgendwann mal kriegst, oder falls du sie schon hast, Oliver, also, die Maus ist echt der Wahnsinn bei Half-Genie-Hewo. Da dachte ich, was ist das für eine coole Idee? Da bist du halt mit einmal so eine winzige Maus und so. Es zoomt dann halt auch ran, weil sie können natürlich dann auch zoomen, weil ja alles sozusagen Pseudo-3D ist. Also, auch ganz toll. Ach ja, und was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt auch Sequenzen in den späteren Chanté-Teilen, die sind sowas wie Endless Runner. Also, sowas wie Cannabalt oder so kommt dann auch mit einmal als Sequenz. Also, ja, sie bedienen sich halt überall in der Spielewelt. Aber man merkt, finde ich, bei Ori, dass die noch viel mehr versucht haben, wirklich was Originelles, Neues zu schaffen. Nicht nur von der Optik, auch der Sound, wie sich alles anhört, die Musik, wie Carsten ja schon gesagt hat, und aber auch so diese Fähigkeiten, dieses mit diesem Springen, wie man bei Ori springt, ist halt wirklich komplett anders als in anderen Spielen. Es ist halt richtig viel ausgefeilter, so mit diesem Bash-Move und alles. Ja, das ist... Gefällt mir aber auch extrem gut. Ja, das ist aber wiederum so ein Punkt. Also, ich mag ja Ori auch sehr gerne, nur das ist etwas so, weswegen ich das nie durchspielen werde. Es ist mir zu schwer, und das liegt unter anderem auch an so einem Gedöns wie dem Dash-Move. Ich bin ja nicht der größte Freund von Dash-Move, obwohl wir nur Ori gehst. Ja, also Ori ist schon echt ein ziemliches Hardcore-Spiel, so durch diese Sprungmechanik. Ich hab noch was Cooles zu Weihnachten gemacht. Wir haben ja eben so... Oliver, wir hatten gerade so angefangen, Robin hat so gefragt, was wir uns zu Weihnachten geschenkt haben oder Neues haben oder vorhaben. Und ich habe mir vorgenommen, Avatar 2 zu gucken, hab's aber noch nicht gemacht. Und jetzt hab ich mir gedacht, jetzt guck ich erst mal Avatar 1 mal wieder. Und dann hab ich jetzt extra den Blu-ray-Player in... Weil wir haben einen 3D-Fernseher, aber der ist im Schlafzimmer. Und dann hab ich extra den Blu-ray-Player vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer gepackt, um dann im Schlafzimmer halt Avatar 1 auf Blu-ray in echt in 3D gucken zu können. Und da hab ich mich mit so einem Holzhocker vor diesen Schlafzimmer-Fernseher gesetzt und genau den richtigen Abstand, um halt Avatar 1 nochmal in 3D zu gucken. Und ich muss sagen, also der 3D-Effekt bei Avatar ist wirklich der Wahnsinn. Hast du eine VR-Brille? Leider nein, leider nein. Da hab ich auch dran gedacht, dass man das damit ja auch gucken kann. Ich hab jetzt den Film nicht, aber 3D-Filme über VR anzugucken, das macht auch was. Das ist wie eine Kinoleinwand dann. Ja, genau. Das wär vielleicht auch eine gute Zukunft für VR, dass auch Leute ohne 3D-Fernseher sich das mal angucken können. Das wird die einzige Option sein, 3D-Fernseher sind ja quasi tot. Ja, stimmt. Das war, glaub ich, das erste Mal, dass ich im Kino 3D geguckt habe. Und ich glaube, bis jetzt auch das Beste, was ich in 3D geguckt hab. Das ist wirklich ärgerlich, wenn man da sitzt und sagt, oh, es kommt wieder ein neuer 3D-Film raus, Harry Potter in 3D. Und dann guckst du das und denkst, ja, also alle zwei Minuten mal irgendwas in die Richtung Publikum schmeißen lassen. Oder das fand ich, aber das ist sehr minimalistisch. irgendwie traurig. Ich kann, ich hab so viele Filme in der Richtung nicht im Kino gesehen. Also die 3D-Filme, die ich gesehen habe, einer war auch sogar so eine komplette, war komplett daneben. Das war irgendwie, glaub ich, hier der Star Wars 7, den ich eigentlich als Film gar nicht so schlecht fand. Nur mir ist im Kino die 3D-Brille kaputt gegangen. Das war nicht so toll, wie man dann da plötzlich sitzt und hat dann immer irgendwie die Gläser versucht so zu halten, dass man noch gucken konnte. Oh Gott. Ja, das war teuer. Also man geht da ja nicht raus, enttäuscht. Das wär's ja noch. Nein, nein, nein. Dann hältst du dir die zwei Linsen, dann die zwei Filter so vor das Gesicht. Ja, ging ja nicht anders. Was soll ich denn machen? Ich glaube, wo du kannst rausgehen und sagen, dir eine neue Brille holen bei Popcorn. Und die anderen 3D-Filme, die ich gesehen habe, das war hier der Avengers. Nur das war ja einer noch damals hier, die so zum Teil nur 3D waren, was man dem Film auch angemerkt. Teilweise war das sehr cool, aber teilweise waren das halt irgendwie so umgerechnete, ganz normal gefilmte Sequenzen wahrscheinlich, wo sie irgendwelche Layer versucht haben, so ein bisschen nach hinten zu schieben, was dann immer ein bisschen komisch wirkt. Und dann hatte ich, glaube ich, das war Amazing Spider-Man, also nicht mit dem jetzigen, sondern mit dem davor, der zweite Film. Der Film, der ist vielleicht nicht so doll, aber der hatte in 3D extrem gut funktioniert. Und den ersten Godzilla-Reboot-Film, der von dieser jetzigen Reihe da rausgekommen ist, den hatte ich auch in 3D geguckt. Das war auch sehr beeindruckend, das muss man sagen. Aber bei dem Film ist auch eh alles darauf ausgelegt. Du meinst den von 2013 mit Breaking Bad hier, mit dem Bill Cranston. Ja, wobei den Film fand ich, den habe ich, glaube ich, zweimal oder dreimal geguckt, habe ich mir auch gekauft. Im Kino fand ich ihn gut und dann nachher beim dritten Mal gucken fand ich ihn genial. Also das hat wirklich, der Weg ist auch lange gegangen. Das ist, ich weiß nicht so genau. Ich finde ihn eigentlich so für mich unterhaltsam zu gucken, aber ich finde ihn keinen guten Film. Okay. Also ich mag die generelle Stimmung und ich finde das für so einen Film, der eigentlich ja ein Katastrophen-Action-Katastrophen-Film, finde ich ihn sehr gelungen. Ich habe irgendwie, in Richtung unterhaltsam habe ich das hier, nee, Rampage, oder wie heißt das mit Godzilla vs. King Kong? Du meinst die Spieleverfilmung da. Ja, ja, ja. Das habe ich geguckt. Ah, nee, Godzilla vs. King Kong, das war der letzte. Genau. Es gibt ja eine moderne Reihe, fing das nicht mit King Kong Skull Island los? Ja, ja, genau. Und dann gab es dann noch mal Godzilla vs. King Kong und Godzilla noch mal, das ist ja so eine Trilogie, glaube ich, oder Quadrologie. Sind das nicht sogar vier Filme inzwischen? Das sind vier Filme. Ich glaube auch, es sind vier, ja. Vier dieser neuen King Kong-Godzilla-Reihe. Die sind eigentlich alle ziemlich cool. Also ich habe die genossen. Ist natürlich dumm, aber irgendwie war es brach, brach ja einfach nur. Also ich finde die von der Stimmung her gut. Ich finde sie von der Machart sehr gut. Ich finde sie von der Story her selten dämlich. Also die sind chaotisch. Die Filme haben kein richtiges Ziel. Sie dümpeln vor sich her. Sie sind halt hochgradig unterhaltsam. Zumindest für mich. Aber ich mag auch, also für mich ist das einfach nur so wie ein B-Movie-Film, wo sie richtig Budget hatten. Es hat auch so ein bisschen was Lovecraft-artiges, finde ich. Ja, aber nur von der Stimmung. Die Handlung wird dadurch nicht besser. Nee, nee. Aber war das nicht so, dass es da dann auch so ein Tor in eine andere Welt gibt oder irgendwas Komisches war doch da am Ende oder nicht? Ich weiß nicht mehr genau. Nein, das ist was anderes. Das ist hier von dem Del Toro, diese Interpretation da mit den Robotern. Pacific Rift? Ja, Pacific Rim. Genau. Da war das. Benicio Del Toro, nein, der andere, ne? Ich weiß gar nicht, wer war denn das? Ich komme mit den lateinamerikanischen Regisseuren immer durcheinander und denen aus Spanien. Ich glaube, der ist Mexikaner, ne? Ja, kann sein. Ja, Pacific Rim fand ich, den habe ich mir, glaube ich, auch gekauft, aber auch nur, weil eine Phase war mal Blu-Ray genauso teuer wie DVDs und das war so ein Test für den 4K beziehungsweise für den schönen Fernseher. Aber den habe ich, glaube ich, auch nur zweimal geguckt und beim zweiten Mal fand ich ihn schon so dämlich, dass ich ihn tatsächlich, bis auf eine Szene, diese Hongkong-Szene mit dem Schauspieler, wie heißt denn der noch, der auch, ja, da gibt es diese Szene, wo sie in Hongkong sind und der eine Kaiju getötet wird und sie diese Körperteile verkaufen von dem Kaiju an die chinesische Heiler, die dann daraus irgendwelche Medikamente machen. Aber das ist ziemlich cool. Das ist aber, finde ich, das einzig unterhaltsame an dem Film, weil das so, das ist so schön trashig und der Rest des Films eher so, da will jemand so ein bisschen Realismus und so präsentieren und das ist mir dann doch, dafür ist es mir ein bisschen zu dämlich. Ich meine, da kannst du auch einfach mit einer geilen Kanone die Kaijus killen, kannst du mir nicht erzählen, dass die nicht mit einer besseren Waffe platt zu machen sind. Das ist so, äh, also, ich sag mal so. Nein, aber das ist nicht das. Das ist bei Godzilla vs. Kong, bei dem letzten dieser neuen Godzilla-Filme, da sind die dann in der, in der, in der Hollow Earth und diese Monster, das sind diese Titans. Also das, die haben so eine Art Heimatwelt, das ist dann in der Erde drin. Ja, aber das ist anders, weil dieses hier mit dem Portal oder so, das war tatsächlich bei Pacific Rim, weil dabei irgendwie. Das stimmt, ja. Es ist nicht ein Portal, aber es ist irgendwie so, man geht, die gehen dann irgendwie in diese Hollow Earth und da ist dann auch so Lovecraft-artig irgendwas von so einer uralten Zivilisation und so, ganz komisch ist das. Auch bei Godzilla jetzt meine ich, nicht bei, nicht bei, äh, dem anderen. Die gehen auch dann da rein und dann ist das da so eine ganz eigene Welt halt, halb der Erde und da finden die dann so Artefakte. Das ist nicht, das ist nicht Lovecraft, das ist, äh, Jules Vann, was du meinst. Ja, aber das ist bei Godzilla vs. Kong. Ach, da ist das auch, genau. Ich war nur eben ein bisschen irritiert, weil du die ganze Zeit von Lovecraft gesprochen hast. Lovecraft ist anders. Ja, aber für mich war das auch, ja, wie Jules Vann, aber für mich war das irgendwie auch Lovecraft-artig mit so, mit so Artefakten aus uralten Zeiten und so. Klar, dieses andere, das Pacific Rim, das ist noch viel, noch viel Lovecraft-artiger, das stimmt. Aber Godzilla vs. Kong hatte auch irgendwie so was komisches, sagen wir, nennen wir es, man könnte es kosmischen Horror nennen oder irgendwas ist da auch so ein bisschen drin, finde ich, bei Godzilla vs. Kong. Aber egal. Aber ich finde Pacific Rim auch, ist auch so ein guilty pleasure von mir. Ich mag das auch gerne, obwohl es so dumm ist, bei Pacific Rim, also das ist, die spielen mit Klischees natürlich, das finde ich schon. Das ist, bei Pacific Rim ist es, die Charakterdarstellung, wie sie ist, das ist irgendwie wie in so 90er Jahre, Videoproduktion, wie die Charaktere da agieren. Genau, oder so ein japanischer, japanischer Actionfilm, der hat auch so diese glatten, total, also eigentlich wie bei Street Fighter, so die Erklärung am Anfang, wo du die einzelnen Charaktere vorgestellt bekommst, so wirkt das für mich, so dieses, ja, unpersönlich, eigentlich nur um Fakten, es geht gar nicht um Personen. Bei dem Film, bei Pacific Rim, sind die Personen eigentlich nur da, um irgendwie zu rechtfertigen, dass man diese gigantischen Effekte und diese riesigen Dinger da zeigen kann. Also, die ganze Story ist eigentlich echt Pille-Palle. Aber übrigens, bei dem Godzilla-Film fand ich es auch so cool, da gibt es ja dann auch diesen Mecha-Godzilla, in einem, ich glaube, es ist auch bei Godzilla vs. Kong oder so, wo der eine dann diesen, diesen Roboter-Godzilla dann da auch aktiviert oder so, es ist alles so durchgeknallt. Ich liebe diese Filme. Vor allem, jetzt hat man es zumindest in diesen Filmen, sind die Effekte auch richtig gut. Das hat mich schon bei Kong Skull Island extrem begeistert, wie gut die Effekte wirklich waren. Diese ganzen Monster, das sah alles fast aus wie bei Jurassic Park, also richtig gut. Und das ist auch bei den weiteren dann so gewesen, dass die Effekte eigentlich immer 1A waren. Weil diese ganz alten Godzilla-Filme, die sind ja, kann man ja gar nicht angucken, da siehst du ja sofort, dass das so ein Kerl ist in so einem Anzug. Naja, Naja, auf jeden Fall freue ich mich schon auf Avatar 2. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Also klar, diese anderen Filme sind auch alle cool, aber ich glaube, dass, also auch die Effekte bei Avatar, da erwarte ich jetzt auch den absoluten Wahnsinn. Also ich glaube, ich hoffe, dass es mich total umhauen wird. Ich habe schon so gehört, dass der zweite von den Effekten und der Action wohl absolut grandios sein soll. Also, es lässt zumindest hoffen, dass die Kritiken schon sehr gut sind. Wobei ich ehrlich gesagt den ersten Avatar, der hat sich für mich doch sehr abgenutzt. Weil der halt, der ist zwar von der Ästhetik her sehr gelungen, aber das ist so, das ist so ähnlich, mit Aquaman habe ich ein ähnliches Problem. Das ist für mich ein Videospiel, was ich da gucke. Genau, mit verschiedenen Level, ne? Ja, und genau so, die, ich finde, die Story ist Klischee hoch 10. die ist, das ist nicht nur ein Märchen, das ist wirklich extrem klischeehaft. Und, ähm, es ist, also für mich ist der tatsächlich schwieriger anzugucken, als ein Film, der einfach so tut, als wäre ein B-Movie nur mit viel Geld. Ja. Das hast du gut gesagt. Das ist tatsächlich bei diesen, das habe ich aber bei vielen Marvel, nicht Marvel, nee, warte, das ist, äh, das sind die anderen, ne? Das ist nicht Marvel, sondern das ist, DC Comics. DC Comics. Ja. Und bei den vielen dieser DC Comics Filme, habe ich echt das Gefühl, äh, den hätte man auch mit 200.000 Dollar produzieren können, da wäre die Story genauso, enttödlich, und schlecht, trashy, aber das Drumherum wäre wenigstens ehrlich zur Story. Und so ist es, immer hat man das Gefühl, da ist einfach ein riesiger Kaboom drumrum gebaut, und Aquaman hat auch super tolle Szenen, die finde ich richtig klasse, aber die Hälfte des Films besteht aus Abfall, aus 3D-Abfall, überlastete Szenen, Verfolgungen, die keinen Sinn machen, und dann ist da wieder mal so zwei Minuten eine Perle drin, wo du denkst, oh, toll, da hat jemand sich Gedanken um eine schöne Szene gemacht, und die geht mir auch ans Herz, und es ist toll, und dann die nächste Szene wieder mega Bullshit, wo du denkst, ah, wie blöd ist das denn mit diesen U-Booten, mein Gott, wie bescheuert ist das, das ist ein Comic, ja, klar ist es ein Comic, aber warum muss man denn nicht auf 2 Stunden 20 aufblähen? Ja, es kommt halt bei mir immer auf die Stimmung an, wenn ich auf so Action stehe, dann gerade, dann ist es toll, aber klar, es kann auch extrem langweilig sein. Es schwankt halt schon ziemlich, also bei den Superheldenfilmen, also zumindest bei DC, finde ich, schwankt die Qualität doch ganz erheblich, es gibt ziemlich gute teilweise dabei. Ja, auch wie bei Marvel, finde ich auch. Gute sind auf jeden Fall zwischen, aber viele sind einfach unerträglich, und du guckst die 5 Jahre später, da fällst du echt vom Glauben ab. Also, aber ich habe auch ein bisschen mehr das, also die Marvel-Filme, die gefallen mir eher, die sind so, die sind allerdings auch so ein bisschen leichtfüßiger inszeniert. Bei den DCs ist es teilweise, dass es halt irgendwie versuchen, immer ein bisschen schwerer, düsterer und sonst wie zu machen. Und ja, nur bei Marvel, das ist halt unterschiedlich. Also so, ich finde das nicht gut, was sie mit den Thor-Filmen zum Beispiel gemacht haben im Laufe der Zeit. Die fand ich am Anfang so toll, und die letzten fand ich gar nicht mehr toll. Ja, albern fand ich nahezu. Ja, aber es gab so andere Sachen, so die fand ich dann wiederum extrem cool. ne, also hier dieser, wie heißt er hier, mit dem Japaner da, oder Chineser war es da, ähm, Shang-Chi. Grandios! Also die, das war super, einfach nur super. Ach echt, der ist gut, der ist der eine, der wenige ich noch nicht geguckt habe. Aber das ist genau das Problem, ne, es ist wahrscheinlich, man hat nicht das Problem so eines schweren Charakters, den man kaum aus seiner Verankerung rausreißen kann, sondern du hast, was luftig leicht ist, was den Leuten so ein bisschen in Erinnerung war, und die wussten, oh, das war unterhaltsam, und so ist der Film dann auch. So, die Hauptreihe hat teilweise so ein bisschen ihre Probleme, weil die halt, dadurch, dass es so groß aufgezogen haben, manchmal Filme dazwischen sind, wo du das Gefühl hast, die sind nur dazu da, um eine Brücke zu bauen, damit sie irgendwie mit der Handlung weitermachen können. Das sind so Filme, so von wegen, die, die habe ich ja gefressen. Winter Soldier ist so ein Ding. Das stimmt. Bei mir ist es Wonder Woman 1984. Das geht. Den habe ich mir also nach ein paar Mal gucken, wirklich anschauen, angeschaut. Nur den, den versuche ich auch mehr so wie ein Spin-off zu begreifen. Ja, aber der hat auch sehr fragwürdige Stellen. Ich denke, der hat ja auch irgendwie 120 Millionen oder sowas gekostet, denke ich. Da hätte man wahrscheinlich anderes mitmachen können. Ich glaube, das haben die aber auch anders geplant. Der wurde ja mitten in der Pandemie fertig. Ja, genau. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich echt ein Problem oder ein Vorteil, dass einfach das Sehverhalten, wie Menschen heutzutage Unterhaltung in Form von Film oder einfach in Form von etwas Bewegten auf dem Bildschirm ganz anders wahrnehmen. Das hat natürlich auch viel verändert bei den Filmemachern. Und du musst dir heutzutage eher mit den Augen eines Binchers von Binchers? Benchers? Wie heißt das? Binching, ne? Wenn du die Serien runterknatterst, dann musst du es einfach aus den Augen eines Serien-Junkies sehen. Und du wirst sehr viele von diesen Serien-Junkies haben, die deine Filme im Kino oder dann halt im Streaming angucken, nachdem das dann drei Wochen im Kino lief. Und mit denen musst du halt heutzutage, an denen musst du dich halten und nicht mal an den klassischen Kinofilmschauer. Ich weiß auch, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob James Cameron es schafft, einen schlechten Film zu machen, also einen wirklich schlechten Film. Weil bei Marvel passiert das schon mal und auch bei DC, dass die wirklich meiner Meinung nach einfach schlecht sind zum Teil, je nachdem, was man da gerade guckt. Aber ich meine, James Cameron, was hat der gemacht? Terminator 2, Aliens, Titanic, Avatar, das sind alles solche ... True Lies. True Lies, also ich glaube, hat der jemals einen schlechten Film? Ja, sein erstes Werk, aber ich hab, wie es der Zufall so wollte, heute Morgen mir irgendwie so eine Timeline von seinem Schaffen anzugucken. Ah, Abyss hat er auch noch gemacht. Abyss, ja. Der einzige schlechte Film, den er gemacht hat, war Piranha 2. Und das auch so, wo er sich da irgendwie mit dem Produzenten verkracht hat und für die Hälfte von dem Film hat er überhaupt keine Handhabe gehabt. Den hat irgendjemand anders für ihn komplett verkorkst. Wobei ich glaube nicht, dass der gut geworden wäre, wenn er da komplett dabei gewesen wäre. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ja. Die 80er-Jahre-Horrorfilme kannst du auch irgendwie zehn Podcasts von machen. Diese jetzt fliegende Killer, ja. Piranha 2 fliegende Killer. Das habe ich, glaube ich, sogar früher immer geguckt. Das ist so ein Telefilmfilm gewesen, der dann irgendwann um 23 Uhr auf einem Samstag lief. Ja. Den kann man cool finden, glaube ich, wenn man zwölf Jahre alt ist und man darf sowas noch nicht gucken. Und man muss immer aufpassen, dass nicht die Eltern einen dabei erwischen. Genau. Mag sein. Es gab, glaube ich, auch Piranha 3D. Irgendeinen habe ich davon auch mal geguckt. Es gab noch zwei danach. Diesen 3D, den habe ich sogar gesehen. Der war sogar ganz spaßig. Der war gar nicht mal so schlecht. Cool. Trash, aber gut gemachter Trash. Ja, ja, ja. Andere gute 3D-Filme sind übrigens, finden meiner Meinung nach auch noch Tintin, dieser 3D-Animations-Tim-und-Struppi-Film. Der kommt auch richtig gut rüber in 3D mit den ganzen Spiegelungen und so. Stimmt, aber das ist auch Steven Spielberg. Das kannst du natürlich, der hat auch über 100 Millionen Dollar gekostet für einen 3D-Zeichentrickfilm. Ja, und Gravity, dieser Film mit ... Oh ja, stimmt. Der war auch Sandra Bullock im Weltraum. Der ist zwar gar nicht alles in echt 3D gedreht, sondern der ist auch zum Teil so nachberechnet irgendwie, aber kommt auch sehr gut rüber halt, dieses Gefühl, in 3D im Weltraum zu sein, kommt auch richtig gut rüber, finde ich. Ja. Alfonso Cuaron, das ist der Regisseur, der ... Der ist auch ein super Regisseur. Das hat der noch gemacht. Irgend so einen ganz berühmten Film. Ich gucke mal kurz. Aber der ist auch sehr gut. Ich schreibe ihn auch noch falsch. Ja, er wird mit F geschrieben und nicht PH. Und der Kerl ist erst 61. Ist auch Mexikaner. Ja, Itü Mama Tambien war, glaube ich, der Gute. Den habe ich als sehr gut in Erinnerung. Also mein ... Habe ich schon mal ... Also große Erwartung ist mein Lieblingsfilm mit ihm. Der hat ja auch Children of Men gemacht. Und Panzer Labyrinth ist ja Produzent. Ja, ist natürlich ... Children of Men war Wahnsinn. Und er hat auch Harry Potter und Prisoner of Azkaban gemacht, den düsteren Harry Potter-Film. Genau, der erste düsteren. Er war auch durch. Ja, der war echt düster. Wie gesagt, falls ihr mal Lust habt und so ein bisschen ein Herz für Liebesfilme für Männer, also nicht mit Männern, sondern Liebesfilme für Männern habt, dann schaut euch mal große Erwartungen an. Das ist leider die Squinth Paltrow, die Hauptrolle, aber halt, wo sie noch nicht so bekannt war. Aber das ist eine wirklich schöne Liebesgeschichte. Und es ist eigentlich ... basiert das so ein bisschen auf dem großen Erwartungen von Charles Dickens. Ist halt sehr verändert. Aber es ist ein wirklich ... Den gucke ich auch alle paar Jahre. Und das ist wirklich eine tolle Liebesgeschichte. Und ich bin auch ein großer Fan von Ethan Hawke. Und das passte damals halt wie Deckel auf Topf. Ich hab übrigens auch noch eine C64-Empfehlung. Und zwar das Spiel Robot Jet Action. Ein modernes C64-Spiel. Das wurde mir von Brotbox64 im Discord empfohlen. Das ist von Carry On. Und das gefällt mir richtig gut. Man kann sich das vorstellen, das ist so eine Art Bombjack-artiges Spiel. Bisschen wie so eine Mischung aus Bombjack und Space Taxi oder so. Es ist immer pro Löffel ein Bildschirm. Und du bist so eine Person, so ein Fuzzi von der Seite. Und du bist so ein Fuzzi mit einem Jetpack. Und du musst dann immer so kleine Symbole einsammeln, so kleine Sternchel. Und in dem Level sind halt Plattformen und Gegner, die sich im bestimmten Mustern bewegen. Und der Witz ist jetzt, du kannst mit deinem Jetpack mit Feuerknopf nach oben fliegen, bis dir der Sprit ausgeht. Wenn dir der Sprit ausgeht, dann fällst du runter. Und bis du wieder eine Plattform erreichst. Und wenn du auf einer Plattform stehst, lädt sich dann langsam dein Sprit wieder auf. Und so wird deine Sprunghöhe sozusagen immer von deinem derzeitigen Tankfüllgrad bestimmt. Und das ist total das witzige Puzzle-Bombjack-artige Plattformspiel. Auch so ein bisschen so Bobble-Bobble-mäßig oder so. Man kann aber nicht ballern. Und das ist richtig schwer. Also erst mal gibt es, glaube ich, fünf Welten. Jede Welt hat sieben Screens oder so. Oder acht. Und gleich am Anfang bin ich schon gleich im zweiten Screen komplett gescheitert. Und jetzt inzwischen komme ich ... Also die erste Welt habe ich geschafft, also die ersten sieben Level. Und dann war ich in der zweiten Welt. Im zweiten Level bin ich dann gescheitert. Aber das war wirklich nach einem halben Tag Übung irgendwie. Weil die Kollisionserfahrung ist halt gnadenlos. Und wenn dir dann mitten im Flug immer der Sprit ausgeht, dann fällst du halt auch gnadenlos in die Gegner rein und bist sofort tot und so. Aber es ist echt ein schönes Spiel. Also Robot-Jet-Action kann ich nur empfehlen. Gibt's auch bei Itch.io. Gerade für Fans von Bombjack so. Das stammt übrigens von dem gleichen Menschen, der in Polen das C64 Portal PL führt. Der ist ... Ich bin mit ihm seit 2009 befreundet. Der lebt in Warschau und ist eigentlich einer der bekanntesten C64-Grafiker. Der Tomek Miljnik oder Carrion heißt seiner Szene. Und der hat irgendwann wieder angefangen zu programmieren und hat dann halt das Spiel gemacht. Und ich meine, dass das Robot-Jet-Action sogar auch ... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass es im ECM-Modus sogar ... Genau. Das steht auch auf der Seite irgendwo. C64 High-Risk Graphics in the Rarely Used ECM Graphics Mode. Genau. Ja. ECM ist nämlich da ... Wenn man weiß, wie der funktioniert, ist das echt bemerkenswert. Weil ECM hast du nämlich einen Zeichensatz, der nicht 256 Zeichen hat, sondern nur 64. Und der einzige Vorteil von diesem Zeichensatz-Modus ist, dass man zwischen vier verschiedenen Hintergrundfarben hin und her switchen kann. Während man beim normalen Zeichensatz-Modus eine globale schwarze Farbe hat. Das wurde wirklich extrem selten verwendet. Also das bekannteste Beispiel, wo der Modus angenommen wurde, war Hero damals. Das ist das bekannteste Spiel mit dem Grafien-Modus. Was ist der Vorteil, wenn man diesen Modus benutzt? Was ist sozusagen der Gewinn? Ja, also es kann halt erstens mal nur funktionieren, wenn man natürlich relativ wenig verschiedene Chars braucht für die Art, wie man die Level baut. Aber der Vorteil ist wirklich so, dass man dadurch High-Risk-Grafiken machen kann, die so ein bisschen wie Bitmap mehr funktionieren. Weil du bist sonst extremst eingeschränkt. Weil sonst sieht ja immer alles aus wie ZX-Spektrum-Grafik. Und das ist nicht unbedingt in diesem Modus der Fall. Weil du halt da flexibler mit den Farben agieren kannst. Ja, genau. Das sieht man auch in dem Spiel. Auf den ersten Blick hat es was von Spektrum, aber gleichzeitig eben auch nicht. Weil es hat eben mehr farbliche Abwechslung. Ich hab mal den Itch.io-Link gepostet. Da ist, glaub ich, auch ein YouTube-Video drauf und ein paar Screenshots. Musik ist auch sehr fetzig. Ist aber schon ein Jahr alt. Also ist jetzt nichts Neues wirklich. Aber ich kannte es nicht. Musik ist von Gemma. Der ja auch bei uns bei Karen zum Beispiel die Musik gemacht hat. Ah, cool. Kanntest du das denn schon, Oliver? Ich hatte das Endergebnis nicht gespielt. Ich wusste, dass es irgendwann fertig war. Und ich hatte das damals irgendwie gesehen, dass er das entwickelt. Ja, in dem Video sieht man dann später auch, wie farbenfroh das ist. Auch eine schöne Eigenschaft in dem Spiel ist, dass man nicht alle dieser Sterne einsammeln muss. Sondern wenn du sozusagen alle bis auf drei einsammelst, kannst du schon in den Exit zum nächsten Level. Oder du kannst dich entscheiden, die letzten drei auch noch einzusammeln. Und dann verschwinden alle Gegner und du kriegst einen extra Bonus. Finde ich auch eine nette Idee, dass man sozusagen das Risiko selber wählen kann, ob man jetzt das Risiko eingeht und die letzten drei Sterne da auch noch einsammelt. Ja, habt ihr euch denn sonst noch was vorgenommen, durchzuspielen? Ich glaube, Carsten und Robin haben es eben schon erzählt. Aber Oliver, hattest du dir was vorgenommen, über die Feiertage durchzuspielen oder so? Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns bei Patreon unter www.patreon.com slash retrocompot oder steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr kontaktiert die gesamte Folgung mehr, dann seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte, die dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.redrocompot.de Erreichen kann man uns unter mail.redrocompot.de Bis nächste Woche! Emhyster Termine Demle Det Wie dreaming